Hogwarts Legacy ist schon vor Release das meistverkaufte Spiel auf Steam, die The Last of Us-Serie kassiert Bestwertungen von Kritikern und ein neues PS5-Bundle ist geleakt. Heute ist der 11.01.2023 und da wir uns gerade zum ersten Mal wiedersehen, wünsche ich euch noch ein frohes neues Jahr. Diese Ausgabe der GameStar News wird euch frisch präsentiert von TicTac, wir bedanken uns bei unserem Partner für die freundliche Unterstützung und jetzt geht's weiter mit den News mit Jules. Im Februar ist es endlich soweit und Hogwarts Legacy erscheint für PC und die aktuelle Konsolengeneration. Doch schon jetzt erklimmt der Titel die Verkaufscharts vom Steam. In der globalen Topsellerliste befindet sich das Open-World-Rollenspiel im Harry Potter Universum auf Platz 5. Dabei ist aber wichtig zu beachten, dass diese Liste nicht auf verkauften Einheiten, sondern auf Umsatz basiert und auf den höheren Plätzen der Liste befinden sich Free-to-Play-Spiele, die ihren Umsatz durch Mikrotransaktionen erzielen, wie etwa CSGO, Dota 2 und Apex Legends sowie Valve's Steam Deck-Konsole. Das bedeutet Hogwarts Legacy ist aktuell nur durch den Vorverkauf der umsatzstärkste Vollpreistitel auf Steam, vor Modern Warfare 2 auf Platz 8 dieser Liste und FIFA 23 auf Platz 10. In den letzten Monaten gab es zu dem Rollenspiel von Avalanche Studios bereits jede Menge neues Gameplay zu sehen. Release ist am 10. Februar für PC und Current Gen, während die PS4- und Xbox One-Version erst kürzlich auf den 4. April und die Switch-Version auf den 25. Juli verschoben wurden. Die The Last of Us-Serie steht vor der Tür und diesen Sonntag wird die erste Folge beim amerikanischen Sender HBO ausgestrahlt. Einige Kritiker durften die Serie allerdings schon vorab schauen und seit kurzem gibt es auf der Seite Rotten Tomatoes bereits zahlreiche Kritiken. Die Serie schafft es dort auf eine Kritikerwertung von sage und schreibe 97%, basierend auf aktuell 60 Ratings. Das ist ein ziemlich beeindruckender Wert. Die Kritiker loben, die Serie würde die wichtigsten Aspekte des geliebten Quellmaterials bewahren, während sie noch tiefer in die Story eintaucht. The Last of Us zähle damit zu den besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten. Hohes Lob also und die Erwartungen sind dementsprechend hoch. Auch unsere hauseigenen Redaktionen haben sich die Serie bereits angeschaut, so schreibt GameStar-Redakteurin Nathalie Schermann etwa, dass besonders das Vergleichen von Spiel und Serie sehr viel Freude machen kann. Und mein-MMO-Chefredakteurin Leia Jankowski merkt an, dass die geringe Interaktivität von Gameplay-Mechaniken im Spiel, die ein Kritikpunkt meinter Spieler war, in der Serie nun zur größten Stärke wird, da die Macher hier genauestens steuern können, wie viel Zeit wir mit emotionalen Nebenschauplätzen verbringen. In Deutschland wird die erste Folge von The Last of Us dann am Montagmorgen auf dem Sky-Streaming-Dienst WOW anschaubar sein und anschließend mit einer Episode wöchentlich released. Es sind neue PS5-Konsolen-Bundles aufgetaucht, auch wenn eine offizielle Ankündigung seitens Sony noch aussteht. Die Artikel beim australischen Shop EB Games sind zwar mittlerweile bereits wieder verschwunden, aber der Twitter-User ZubiTech hat sie mit Screenshots festgehalten. Bei den neuen Bundles handelt es sich um die Disc und die Digital Edition, jeweils mit einem zweiten DualSense-Controller. Letzte Woche hatte Sony verkündet, über 30 Millionen PS5-Konsolen seit Launch verkauft zu haben. Präsident Jim Ryan sprach beim CES-Showcase des Unternehmens außerdem von deutlich wachsender Verfügbarkeit. Die Zeiten, in denen Spieler monatelang auf eine PS5 warten müssen, sollen demnach bald vorbei sein. Am 22. Februar 2023 erscheint dann übrigens außerdem das PSVR-2-Headset. Zu einem Preis von 599 Euro erhält das Paket das VR-Headset, die beiden PSVR-2-Sense-Controller und Stereo-Kopfhörer. Einige wichtige Entwickler aus dem Team von Playground Games, das für die Forza Horizon-Serie verantwortlich ist, haben das Unternehmen verlassen, um ein neues Entwicklerstudio namens Maverick Games zu gründen. Das neue Studio in Leamington Spa UK wird vom ehemaligen Forza Horizon-Creative-Director Mike Brown geführt, der sowohl Studio-Chef als auch Creative-Director des neuen Projektes wird. Man habe eine solide Startfinanzierung sichern können und das Debüt-Spiel soll ein neues Vollpreis-Open-World-Spiel für Konsolen und PC werden. Offen bleibt bisher, ob es sich dabei um ein Rennspiel handelt. Weitere Teammitglieder sind COO Harinder Sangha und Tom Butcher, ehemals Lead-Producer bei Playground. Man wolle ein Studio werden, das die Menschen lieben, so Brown. Man wolle Risiken eingehen, innovativ und kreativ sein und eine eigene Identität entwickeln, daher auch der Name Maverick. Wir sind gespannt, was das Debüt-Spiel denn genau wird. Mit Forza Horizon 5 konnte Playground im November 2021 den größten Launch der Xbox-Geschichte verzeichnen, mit über 10 Millionen Spielern in der ersten Woche. Wie alle First-Party-Microsoft-Spiele ist auch Forza Horizon 5 seit Release im Xbox Game Pass spielbar. Der Publisher Calypso Media und der Entwickler Realmforge Studios haben eine Closed-Beta für Dungeons 4 angekündigt. Dort können Spieler den Dungeon-Management-Simulator erstmalig erleben. Wir müssen einen Dungeon bauen, in dem sich unsere dunklen Kreaturen wohlfühlen und den mit Fallen gegen Eindringlinge verteidigen. Doch anstatt nur in den dunklen Gemäuern zu hausen, schnappen wir uns unsere Schergen und erobern mit ihnen die grüne Oberwelt. Allerdings gibt es dieses Mal auch Feinde aus der Unterwelt an sich. Und Zwerge sind auch mit von der Partie. Die Testphase startet noch in diesem Monat vom 24. Januar bis zum 7. Februar. Anmelden könnt ihr euch noch bis zum 15. Februar im Microsoft Store und auf Steam. Einen Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Das waren die heutigen News. Puh, ich hab's immer noch drauf. Und ihr anscheinend auch, den ihr habt heute ganz besonders gut zugeschaut. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen oder ein Abo da. Klickt hier für unser neustes Video zu Bramble the Mountain King. Und morgen gibt's hier wieder den Obermeier, aber mich dafür kommende Woche. Bis dahin und denkt immer dran, ihr seid wunderschön. Lasst euch niemals von irgendwem etwas anderes erzählen. Euer Jules.